Gut, Muffin, lachen, 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 fein, gut. Hallo. Was machst du? Zirkus? Ja, ich übe ein bisschen mit meinem Pony. Ich bin der Tobi, hallo. Hi, ich bin die Lisa. Und das ist? Das ist der Muffin. Hallo Muffin. Hast du was mit Zirkus zu tun? Nee, eigentlich gar nicht. Das ist nur mein Hobby. Das ist mein Shetland-Pony. Wenn ich Zeit hab, dann beschäftige ich den so. Zum Reiten ist er leider zu klein, aber so Tricks findet er spitze. Konntet er das oder hast du ihm das beigebracht? Ja, super. Das hab ich ihm alles beigebracht. Mir macht das auch Spaß und er lernt super schnell. Überfressen wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich auch mit Belohnung. Aber man sieht auch, er will gleich wieder. Gleich wieder zeigen, was er kann. Fein. Sehr stark. Ja, der hat da super Spaß dran. Du, der Hub-Muffin. Und hat jetzt auch schon echt viel gelernt. Also, der kann um die 30 verschiedene Tricks. Ja, zeig. Der ist da. Komm, Muffin, komm mal mit. Roll auf. Das ist ja überragend. Bis zum Schluss. Fein, gut. Ist das cool. Das ist ja auch so, dass du ihn gesetzt. Trittst du irgendwo auf mit dem? Ja, hier bei uns in der Region mach ich öfter mal. Beim Reitverein hier in der Stadt. Die haben einmal im Jahr ein großes Fest, da geh ich hin. Oder für Tierheime mach ich auch öfter mal. Hopp. Muffin, hopp. Hopp. Ja, muss schon drauf. Hopp. Das war die falsche Richtung. Muffin, komm. Hopp. Hopp. Ja, das war aber ganz elegant. Guck mal, wie stolz. Fein, gut gemacht. Muffin, lachen. 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 Gut, super. Nimm's. Komm, Muffin, komm. Hier rein. Fein, gut. Hört der nur auf dich? Nee, der macht die Tricks auch bei anderen Leuten. Also auch bei mir? Ja, du kannst gerne mal was ausprobieren. Ja, logo. Du kannst mit ihm mal Ball spielen, wenn du willst. Schau mal, da hat der Gymnastikball. Genau. Muffin wird zwar spielen Ball. Den musst du eigentlich nur auf ihn zurollen und der passt dann zurück. Muffin. Roll. Fein, gut. Besseres Passspiel als manch Bundesligist. Roll. Es war kein Spaß. Roll. Super, fein. Das ist ja geil. Lisa, vielen, vielen Dank. Ja. Ich komme zur nächsten Show. Ja, gerne. Dann viel Spaß beim Üben, euch zwei. Bist eingeladen? Ich komme. Komm mal, Muffin, wir verabschieden mal hier den Tobi noch. Komm mal her. Nimm's. Bye, bye. Bye, bye. Tschüss. Tschüss, Lisa, tschüss, Muffin. Bye, bye. Tschüss. Macht's gut. Fein gemacht, gut.